Hallo, wir sind Sarah und Benjamin von Ehrlich Textil. Wir haben dieses Jahr gegründet und sind ein Startup mit etwa 100 jähriger Erfahrung. Wir haben einen Wäscheproduzenten auf der Schwäbischen Alb, der unsere nachhaltige Bio-Unterwäsche produziert. Und hier auf der StartupCon erwarten wir uns interessante Kontakte, gute Vorträge, gute Workshops und einfach nette Leute auch kennenlernen und einfach so ein bisschen networken und auch mal sehen, was andere machen und wie andere das machen und so ein bisschen Austausch.